. Das nennt man auch griechische Gastfreundschaft. Es ist immer freundlich, immer nett, so fortkommend, weil so ist nun mal in Griechenland mit griechischen Leuten. Oder würdest du dem nicht beipflichten? Ich weiß nicht, ich war noch nicht in Griechenland. Aber das ist das perfekte Beispiel, ja? Ja, es gibt Bier. Für mich? Für Griechenland. Warum nicht so mal essen? Die man nicht essen kann, weil schalend rum ist. Hier, machst du jetzt mal auf. Ach ja, ich wollte ja, wenn du wieder rumblödelst, wollte ich ja welche essen. Ich bin schon fertig. Ja. Okay. Also schau doch einfach alleine mal auf mein Twitter-Handle, so wird mein Name auf Griechisch geschrieben. Ist das wirklich so? Ja. Deshalb steht das ja auch so drin. Kannst du dich mit deinen Lady... Jetzt meine echte Katze, meint ihr? Ich weiß nicht, ob Griechisch das so toll findet, wenn ich hier eine Katze einschleppe. Ich weiß auch nicht, ob die Katze das so toll findet, wenn ich sie schleppe. Ja, ich schätze mal nicht, dass deine Katze eine Wanderkatze ist. Wobei, angeblich ja schon. Ach so, angeblich. Weil wir haben die ja übernommen. Die ist schon sieben Jahre alt. Weil die schon weggewandert war damals. Die war schon verwandert. Die kommt ja aus Griechenland. Also, passt doch. Und die ist nicht nett und zuvorkommt. Die hat heute morgen wieder... Nein, nein. Die hat so ein Futterlabyrinth. Und die hat heute morgen ihr Futterlabyrinth umgeworfen. Und kam dann zu mir so... Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Und ich guckte es an. Ich heb das doch jetzt nicht auf. Es ist auch alles ganz normal. Griechische Person. Nett, zuvorkommt. Griechische Hauskatzen. Diktatoren. Ich hätte jetzt Hitler gesagt, aber hättest du mich benden müssen. Ja. Hitler mit Schnurrfatz. Soll ich für nächstes Mal so Ben-Aufkleber basteln? Auf so Tape und dann gibt dir so... Achso, ich dachte, du wirst dann einfach die Chat-Handles abkleben auf dem Schirm. Achso. So live gebannt. Ah. Bestimmt kommt Gregor auf 1000 Viewers mehr, wenn es diese Katze gibt. Ne, 1000 Viewers, wenn es die Katze gibt. Achso. Ah, ist ein Geban. Wie komm ich denn hier auf? Guck mal, die ist in der Ritze. Da. Ich höre es immer noch. Ist hier nochmal geballt? Ich verteile übrigens, wenn ihr Bock habt, auch wieder Timeouts. Also wer getimeoutet werden möchte, der meldet sich einfach. Ja, ich muss nur sagen, hier mich bitte. Ihr müsst dazu auch nichts Bisses schreiben, die schenke ich euch. So, jetzt mal. Ach, kein Gruss. Die Lady Miu Miu ja auch gar nicht. Ja, mit zu Recht. Ich muss mal kurz... Ist ja mal so ein bisschen kamerageil, die Lady Miu Miu. Mit ihren Speck. Warum liegen da überall Sonnenblumenkernen auf der Tastatur? Jetzt habe ich aussehen auf die... Jetzt schmeiß ich die... Jetzt muss ich ja mal gucken, dass ich nicht aus Versehen den Stream ausgemacht habe, wo ich auf die Tastatur gekommen bin. Ne, läuft noch. Ach Gregor. Es ist technisch delikat. Hier. Es ist technisch delikat und ich muss aufpassen, wenn Leute einfach mitten in der Technik anfangen zu essen. Die Lady Miu Miu, das Pokémon, das ist nicht. Es kann immer noch keiner sagen, wo das Ding herkommt. An ihren Speckfalten. Das sind Arme. Ich wundere mich aber, dass sie keine Beine hat. Speckige Arme. Akzeptier doch einfach, dass sie Arme hat. So, also ich bin hier... Du musst mal akzeptieren, das ist sonst Body Shaming. Auch die rundlichen Körperformen haben eine Existenzberechtigkeit. Berechtigkeit. Berechtigung. Berechtigkeit. Für Berechtigkeit. Nein. Es gruspelt wieder. Ah, da ist ja ein Baby. Ne, doch nicht. Du kennst aber ästliche Babys. Na ja, guck mal. Wenn du von hier hinten guckst. Mama, ich bin ein Baby mit meiner Glatze. Nein. Das sieht nicht so aus. Doch. Mama, ich bin ein Baby mit meiner Glatze. Ich bewege mich. Und dann ist doch nur ein Skelett. Kannst du mir was sagen, Skeletti? Ich hab voll Angst, was in Griechenland vor sich geht. Du, Dussel! Du musst doch mit ihm reden! Ich hab doch mit ihm geredet. Nein! Du bist doch kein Hauptmann! Er hat nur... Ach so, er hat nur nichts gesagt. Oh nein! Ah! Das gibt es doch nicht! Er hat doch nichts gesagt! Oh! Das Kurs spielst du so sehr. Es läuft doch alles wie geplant, oder? Hey du, Baby! Ah! Huch! Ah, Hauptmann, Sir! Es ist schon so lange her, dass wir euch gesehen haben. Wir gehen den Geheimnissen dieses Orts nach genauso, wie ihr es uns befohlen habt. Ist das goldener Nagellack? Ja, ich hab goldener Nagellack, weil wir heute den Goldstaub holen und er ist sogar etwas abgeblättert für den Staub-Effekt. Wenn wir den nicht geholt hätten, dann hättest du trotzdem gesagt, aber ich hab doch den Nagellack auf. Ja, den hätte ich halt gesagt, so immerhin hatte ich goldener Nagellack drauf. Das wäre deine Notlösung gewesen. Aufgrund meiner Informationen sollte Pieck als Sechstes getroffen werden. Jawohl! Also merkt ihr, Pieck als Sechstes. Pieck als Sechstes. Ich hab schon... Ja, Pieck als Sechstes. Alles klar. Guter Einwand. Und? Raymond hat weder Arme noch Beine. Arme und Füße. Ja, der hat auch keine Gelenke. Der hat ein bisschen Gelenkschwund. Aber... Anderswo ist es eine Behinderung, hier ist es ein Videospielcharakter. Lady, hear me tonight. Cause my feeling is just so right. I feel love for the... Verdammtes Cotulla. Nein, das war Schreiengeschenk von Gregor, der Nagellack. Nein. Den hab ich mir selber beschenkt. Den würde ich behalten auch, wenn ich so tollen Nagellack hätte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, hätte ich es einfach richtig lustig gefunden, wenn ich dir vorher auch die Nägel gemacht hätte. Ich hätte es nie abbekommen. Ich hab keinen Nagellack-Entferner hier. Umso lustiger wäre das gewesen. Ich hab hier noch schwarzen Nagellack hier, den ich für Halloween benutzt hab. Als was bist du denn gegangen? Als Emo. Ja. Ich hatte quasi das volle Emo-Styling. So ein schönes Emo-Shirt mit Totenköpfen drauf. Hab mir die Augen ausgemalt. Alles schwarz, so schön... Kajal heißt das? Ja. Oder Eyeliner. Oder... Nein, nein, Guy-Liner. Guy-Liner. Weil für Männer. Das war der Guy-Liner. Dann haben wir die Nägel angemalt. Ich hab mir ein Rasierblatt genommen und das als Halskette. So wie ein Dog-Tag umgehängt. Und dann gab es Emo-Gedichte, ja. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist der Abgrund meiner Seele. Tief ist mein Schmerz verankert in den Tränen eines kleinen Kindes. Also irgendwie so, ja. Also lauter... Hast du gemacht... Hab ich lauter Emo-Gedichte mir ausgedrückt. Ach, ich kann dich hier raufklettern. Wenn ich hier rauf drücke, geht der neue Top auf, ja, ne? Ja. Ich kann den Büchern raufklettern, wusste ich ja gar nicht. Gott sei Dank. Bist du ein männlicher oder ein weiblicher Gregor-Fanser? Gregor, jetzt männlich auf und kreuzen. Oh. Du wirst nicht verraten. So. Guck mal, weibliche Fans führen mit 9 zu 0. Das ist doch was. Wer hat denn diesen Straw-Poll aufgesetzt? Zu das Kreuz und Peak 6. Ja, ich habe ja keinen Nagellack dabei. Ich würde ja die Nägel machen. Hui, wir haben die 6.000 Follows überschritten. Oh. Aber bei uns ist 5.989 angezahlt. Weil es nicht aktualisiert. Oh. Ist das aufregend. Du musst einmal neu laden. Oh, Gregor, herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Und danke an euch, dass ihr fleißig gefollowed habt. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die 6.000 wirklich so fix dann erreichen. Wenn denn überhaupt. Also ich meine nach dem Goldstaub-Run gerade. Ja. Was sollte da anderes passieren? Ich wundere mich, dass wir noch nicht auf 10.000 sind. Also eigentlich müsste man sich jetzt abmelden von anderen Twitchern. Und nur bei mir sein. Ja. Ich finde, das sollte das Mindeste sein. Aber eine coole Sache auf jeden Fall. Dafür, dass ich auch nicht so viel streame. Nur am Wochenende jeweils. 2 Stunden Samstag und 2 Stunden Sonntag. Dass ihr alle so treu dabei seid und immer wieder fleißig zuschaut. Was viele ja auch nicht bedenken. Und es wundert mich immer ein bisschen, wenn sie die Rocket Beans Zuschauerzahlen dann analysieren. Alle, die dann auf die Quote gucken. Ja. Ja. Also wenn da eine 11.000 oder sowas steht. Das heißt ja nicht, dass es nur 11.000 Leute sind, die zucken. Sondern mindestens 11.000, die gerade zuschauen. Ja. Und wenn ich das so umrechne mit den Zahlen, die ich ja, wenn ich so durchschnittlich mal, sagen wir mal so 450 bis 500 Leute habe über zwei Stunden, sind aber insgesamt knapp 3.000 bis 4.000 unterschiedliche Leute drauf gewesen auf dem Stream. Rechne das mal hoch auf die 11.000, die Rocket Beans dann für eine 2-3 Stunden Sendung hat. Da hast du bis zu 50 oder 60.000 Leute. Und das wird nicht wirklich bedacht, was die Quote angeht. Und TV-Sender sagen ja auch nicht nur, dass ihre Quote das ist, was immer parallel am höchstens gleichzeitig ist. Sondern wenn da eine Million steht, bedeutet diese Million hat im Laufe zugeschaltet während der Sendung. Was für ein gewisses Maß... Übrigens hinter dem Foto ist sie, oder? Das war eine gute Überleitung. Die ist nicht hinter dem Foto. Da sind ja noch ganz viele andere Fotos. Da sind noch andere? Ja. Ich habe gesucht und geh... Und hier muss dahinter auch was sein. Guck mal, da ist ein Loch. Hier ist sie. Nein, ihr habt das falsch verstanden. Das haben wir falsch verstanden. Lady, I just... Oh Gott. Du suchst dich wieder. Mit einem... Das Bier zeigt Wirkung. Cause my feeling is just so right. Kann ich das Regal sprengen? Nein. Wegschieben. Ich habe doch geschiebt. Ja, ziehen kannst du auch. Ach, what the hell. Oh, blöd. Hm? Gregor's Live-Channel ist das neue RTL. Das beste RTL. So, jetzt aber. Haben da gerade keine Ermittlung und Fatih geschehen? Mist, jetzt wisst ihr es. Pst. Das hast du nicht verraten. Das ist halt die Schnauze so, Mann. Ich müsste Zelda spielen. Du kannst hier die Windeln alleine wechseln. Wie sollst du ein Lied für mich singen? Was denn? Aber ich sing doch Lady schon die ganze Zeit. Ja, aber es ist nicht so schön das Lied. Nicht? Aber ich singe es auch so schön. Ja, aber es macht das Lied nicht besser. Das ist doch ein gutes Lied. Kann man voll funky abgehen. Funky? Funky abgehen, links und rechts. Funktioniert doch so. So entgeistert. Ja. Das ist ja auch eine Skulptura. Cool. Und das Baby ist auch wieder da. Ja, jetzt muss ich von oben. Klar. Natürlich muss ich von oben. Es ist ja ein bisschen aufwendiger das Skulptura aus als das letzte. Es gefällt mir besser, muss ich sagen. Ich würde auch, wenn es zum Beispiel... Wo bist du mein Sonnensicht? Kennst du das noch? Nee. Ich kenne nicht. Für dich die Wolken weiter. Das kenne ich nicht. Dann sind wir wieder bei Dieter Bohlen. Ja. Er geht dir nicht aus dem Kopf, dieser Mann. Es liegt an seiner... Omnipräsenz. An seiner Sangeskunst. So hinter einem Bild ist es bestimmt noch einer. Sherry, Sherry, Lady. M-m-m-m-m, Mauschen. Doch, warte mal, ich kann... Bla, 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 bla. Listen to your heart. Sherry, Sherry, Lady. Irgendwann habe ich doch auf der Gitarre mal gespielt. Sherry, Sherry, Lady? Ach nee, wegen... Da zeige ich dir wieder ein bisschen was. Jetzt kann ich wieder in den Chat doch gar nicht gucken. Äh... Doch, kannst du gleich. Ich zeig dir das nur für... Gregor macht epische Musik. Ich mach... Naja... Also... Es können ja vielleicht mal ein paar Leute... Ich habe mal einen Dreh gehabt, ja. Da habe ich als Umpa Loompa verkleidet. Und äh... Wie groß waren die Männer um dich rum? Drei Meter? Die waren relativ groß. Das wirkt. Aber... Ich dachte... Bevor mir die Haare gemacht wurden als... Melodie. Mal überhart. Auch bei Greg's RPG Heaven zu finden. Schau's dir an. Ich guck nach den Skulltulas währenddessen. Sehr authentisch, oder? Sieht auch mehr aus als wie Thomas Anders, oder? Ich weiß gerade nicht, ob ich Angst haben soll. Eigentlich siehst du aus wie... Wie ein Druidenlehrling, finde ich. Siehst du denn auch? Ja, warte es ab. Es geht gleich los. Ach, das ist das Intro, oh. Aber ich habe einfach so gesungen während des Drehs, weil ich nochmal... Ist orange. Weil ich nochmal fünf Minuten hatte. Das glaube ich. Das kann ich spielen. Das kann ich spielen. Wie doch? Ach... Okay, hier war ich schon drin. Das ist falsch. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich hab... Jetzt das Highlight. Dancin' to the beat. Let's go. Oh Gott. Wir hatten Spaß auf dem Dreh. Es ist schön. Es war ein Outtick, den ich für was anderes benutzt habe. Oh nein! Jetzt hat's dir aufgefallen, dass du Beine hast. Ja. Das war Jumai. Ja, siehst du? Also, passt schon. Wie viele weibliche Fans haben wir? Schon 20 gegenüber null männlichen. Das sind immerhin schon viele. Das ist doch was. Den Link in den Chat. Ich versuch's gleich mal. Ich muss mal... Es ist immer das Gleiche. Oder ist es schlimm, dass ihr mir jetzt nicht die Reihenfolge gemerkt habt? Ja. Herz als zweites. Oh Mann. Ja, es war... Ich bin... Ne? Was denn? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst ja am besten einfach... Achso, ich dachte, die Leute beleidigen wieder. Das ist natürlich sensationell. Nein, ich weiß nicht, was ich zu dir sagen soll. Für RTL reicht das mindestens, oder? Auf jeden Fall. Es wäre richtig geil, wenn du da hingehst damit. Ich glaube, ich brauche ein Stück Papier, um mir das aufzuschreiben. Sonst bin ich zu blöd. Hast du... Weißt du denn noch das eine überhaupt, das du zwischendurch gefunden hast? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 war Herz. What is love ist auch gut. What is love? Oh, scheiße, jetzt habe ich ihn gehauen, statt geredet. Ja. Machst du das immer so? Aus versehen? Aus versehen? Kann mal passieren. Ich kann den Text nicht mehr. Aber jetzt bist du ja auch wieder beim anderen Lied. So. Karo 5. Oh Gott. Kennst du das, wenn du irgendwas siehst? Du brauchst ganz lange, um das zu verarbeiten. Das ist ein bisschen so PTSD, ne? Post Traumatic Stress Disorder. Ja. Peak. Gut, dass du so konzentriert bleiben kannst. Für mich ist das Uso. Deine Musik ist Uso? Nein, also Usos. Rülps Kreuz. Das ist ja total geil, weil ich glaube, wenn ich diese Aufreiung gemacht habe, die Gregor gerade macht, mir einfach überlegt, oh Herz und hätte ein Herz gemalt. Was macht Gregor? Gregor schreibt das ganze Wort aus. Ich schreibe das Wort aus. Wir haben bezahlt. Ich muss erst mal wieder nachdenken, was Peak war. Das Herz mit dem Stängel. Gesundheit. Stängel. Stängel. You're my bard. You're my soul. Ach. Da trink ich jetzt noch ein bisschen Energie aus der Dose. Das wäre doch ganz hilfreich. Das schmeckt leider gar nicht so gut. Man ist ja auch Monster, die sind nicht so gut. Das ist kein Monster. Das ist kein Monster. Das schmeckt wie ein Monster. Das ist Billo Monster. Ich habe erst mal, ich habe ja so eine Affinität zu Red Bull eher, weil ich zwei Jahre lang für den Laden gearbeitet habe. Was hast du da gemacht? Ich hatte meine eigene Sendung. Also als Chefredakteur. Bist du immer so Flugzeuge geflogen? Nein, das hast du auch gerade gesehen. Ich habe mit Uke eine Sendung gemacht für Servus TV, zwei Jahre lang. Namens Play. Eine TV-Sendung auf Englisch. Quasi wie Game One, nur in Gut. Hust, hust. Oh. Was soll ich denn? Ihr seid so schnell. Calimera, Efraisto? Nein, Calimero ist der mit dem Sombrero. Ja, aber er hat ja keinen richtigen Sombrero, er hat eine Eier-Frage. Küken aus Palermo, wenn wir dich sehen, sind wir sehr froh. Calimero mit Sombrero. Und wie war die Geweise? Ja, das ist dein Hut und der gefällt uns gut. Jetzt ist es soweit. So was. Jetzt ist Calimero-Zeit. Läuft das denn noch überhaupt? Nein, aber ich habe eine Videokonferenz. Das ist gut. Calimero war auch immer sehr gut. Ich kann mich nur noch erinnern, dass sie mal Fußball gespielt haben und eine Mannschaft hieß der 1. FC Mach mit. Echt? Das ist süß. Real Mach mit. Genau, statt Madrid. Das war's. Peak Sext. Peak. Nee, aber ich mache die Folge mit den Geistern gerne und wo so Hecken draußen stehen und die sich nicht trauen, rauszugehen. Bist du so wie Casimir der Geist? Casimir der Geister bin ich und ich will euer Freund still sein. Jeden will dich glücklich machen. Drum lade ich heute alle ein. Oh, wie schön. Kommt alle heute zur Riesen-Party. Kommt alle heute zur... Ja, natürlich. Geisterparty. Geisterparty. Ei, 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 ei. Hauptmann. Aber es geht so. Mina kann lachen. Die Sonne von Fujiyama. Kreuz. Also ich habe es... Ach so, ich meine aber Calimero erfreist du. Das heißt sowas wie guten Morgen. Wie geht's dir auf dich? Nein, Calimero heißt guten Tag und erfreist du als danke. Guten Tag. Oder besser gesagt. Du kannst es doch, Palakalo. Palakalo ist bitte sehr. Stimmt, DuckTales sind auch ziemlich cool als Titel. Das habe ich auch mal gesungen. DuckTales. Uhuhu. Also Kreuz, reicht es denn mit dem Enterhaken? Und das ist Pieck. Das ist Pieck. Stell dich doch auf den Tisch, dann kannst du sie alle treffen. Oh, das ist gut. Das ist eine cleppere Sache. Also. Das ist Kreuz. Das hier ist ganz so tolle Intros, die man... Oh, offensichtlich. Reicht das nicht? Du hast ja auch nur Pfeile eigentlich. Also Kreuz. Herz. Pieck. Ist nicht gerade der Erschöpfer von Barberpapa gestorben? Was ist er das? Wurde von Elefanten zertreten. Vielleicht von Barberpapa. Ja, das sollte doch. Das war Pieck, ja. Wie soll sich das denn jemand merken, wenn er unterwegs ist? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Ja, ich habe es mir ja so gemerkt. Ich esse noch mal ein bisschen. Groß spielt es ja wieder. Oh, guck mal. Weißt du, was der Trick dabei ist? Guck mal. Du musst einfach in Plätzen denken. Weißt du? Guck mal, was ein schönes Bild ich gemacht habe. Toll. Ist nicht hübsch? Mit den indischen Steinen auf dem Gesicht. Das ist gut, oder? Nee, guck. Jetzt sieht man da unten das Köpfchen, wo ich immer... Ja, ich habe es gesehen. Ich dachte, dass es das gar nicht gibt, weil der Kopf... Also... Ja, weil die... Herr Schiedel schon der Kopf ist? Was? Ich glaube, wir reden aneinander noch vorbei gerade. Stimmt. Ach. Oh Mann. So. Also ein Herzteil. Aber ich habe noch nicht alles Kulturleistung. Ich wollte dir den Gedankentrick erklären. Erklär mir. Ja, also du hast so Steckplätze in deinem Kopf. Das hört sich komisch an, aber du denkst in Zeichen. Das ist doch so wie vor ein Cutterfell-Song, ne? Steckplätze in deinem Kopf. Steckplätze in meinem Kopf. Irgendwie so, ja. Gib mir mein Modul zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Ich und du immer zu. Du und ich. Und zweite Strophe geht Müllers Kuh, oder? Herz an Herz, Tag und Nacht, immer zu daran gedacht, bist du auch so verliebt wie ich. Jackpot. Hammer. Bumerang war auch immer gut. Kann man auch zu updancen. Achso. Wie ein Bum, 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 Bumerang, komm ich immer wieder bei dir an. So war das so, oder? Ja. Die gute alte Bravo-Hitze 1995. Ey, wie die gruspeln alle. Und wie so ein Balou und seine Crew singt. Das kenn ich nicht mehr. Echt nicht? Also ich kenn die Serie, aber ich kenn das Lied nicht mehr. Mal immer so Bum, 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 Bum. Ich war nie so ein großer Fan davon, muss ich sagen. Ich auch nicht. Was, die haben eine Fluggesellschaft jetzt? Werden interessiert es? Ja, vor allem mit diesem fliegenden Lokal von Louis und so, ne? Ja, Dark Tales war super. Chip and Chap. Chip, 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 chip und chap, Ritter des Rechts. Ritter von rechts. Chip, 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 chip und chap, dem Bösen geht es schlecht. Ich wollte gerade weitermachen, aber singen wir es in jedem Fall. Achso, mit ihrem Mut wird es ein Ende ausgubt. Chip, 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 chip und chap. Und so weiter. So. Jetzt habe ich auch vergessen, ich habe das mit den Steckplätzen jetzt immer noch nicht erklärt. Ich lasse es dir jetzt. Du hast es noch nicht erklärt. Ja, siehst du, ich habe nicht mal die Hirnleistung für andere Sachen. Aber du kannst singen. Ja. Das ist auch das Wichtige, worauf es ankommt. Weil Dieter, das ist mein Traum. Ich wollte schon immer in den Recall rein. Dieter. Dieter. Ich wollte schon immer in den Recall. Ich habe mein ganzes Leben von geträumt. Ich meine, das klappt ja nach ein paar Jahren, wie wir sehen. Dann sagt Dieter, aber du bist fünf Jahre alt. Aber Dieter, ich habe mein ganzes Leben von geträumt. So, irgendwo groß spielt immer noch was, oder? Oh, die Digimon Interest, das stimmt, sind doch ziemlich cool. Äh, wo grüspelst du denn? Ich habe die Digimon Soundtracks. Natürlich hast du die Digimon Soundtracks. Ja. Ich habe sie nicht. Weil die richtig gerockt haben, damals. Nein, die richtig. Und sie tun es immer noch. Besten Sound, das war Detective Conan. Ja, die habe ich ja auch. So, wo? Ich höre es. Hast du eine Bilder? Und dann, ja. Vielleicht A. In der Tonne? Aber die sind alle verschlossen. Nein, andere Tonne. Oder? Linke Tonne. Die sind alle verschlossen. War da nicht eben eine? Also, das andere links? Warte mal. Ich dachte, links oben in der Ecke. Ah, doch, tatsächlich. Ich bin blöd. Wieso ist die Ding jetzt so offen? Ja, wollt ihr wirklich meinen Trick hören? Ja. Du musst Gräber aber mal ruhig sein, weil der redet dauernd dazwischen. Und ich glaube, er will das auch gar nicht hören. Nein, also ich habe das so gemacht, dass ich sozusagen in Zeichen gedacht habe. Also, ihr wisst, den ersten, den ihr anquatscht, der sagt euch, dass Peak der sechste Platz ist. Also, es steht Peak sozusagen erstmal für sich alleine. Und wenn jetzt was, das ist, glaube ich, auch das letzte gewesen, ne? Ja. Wenn sich jetzt dementsprechend was davor schiebt, denkt ihr halt nicht die ganze Zeit Peak, 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 sondern zum Beispiel Herz, Peak. Und dann habt ihr schon mal eine Reihenfolge von eins und zwei. Und die erweitert ihr dann, bis ihr zu sechs kommt. Und dadurch, dass ihr die immer auf den Platz schiebt, auf den sie gehören, könnt ihr euch die vorherigen besser merken. Und ihr habt irgendwann eine Reihenfolge von sechs. Und wenn ihr euch das richtig gemerkt habt, dann stimmt sie sogar. Das war's. Ich kann meine Telefonnummer auswenden. Das ist auch toll. Nach acht Jahren. Immerhin. Immerhin. Das ist ein sinnvoller Tipp. Wenn ich irgendwann mal anfange, nachzudenken, will ich mir das merken. Das gehört dann natürlich zu. 28. Zwei Filme mehr. Aber wo? Warst du denn im Gebälk? Ja. Es kruspelt noch, aber ich war noch im Gebälk. Hast du dir denn noch abgeschossen, der in der Wand war hinten? Nein. Über den Bücherregal? Also ich hatte, ja, ich hatte ein paar hier auch in der Wand abgeschossen. Wahrscheinlich habe ich einen übersehen. Wo komme ich denn am besten hier hoch? Ach, vom... Vom Bücherregal aus, oder? Oder... Kruspecherne, die Wand noch lang, die ich nicht gesehen habe. Also richtig gebellt gibt's hier ja nicht. Ich hab auch alle Fotos gemacht. Warst du da unten jetzt drin? Bei dem Regal, ja, ne? Ja. Oder... Hab ich's aufgemacht und bin dann weggegangen? Das wär Quatsch, oder? Das wäre Quatsch, aber es wäre mir zuzutrauen. Es wäre mir zuzutrauen, das find ich auch, ja. Es wäre absoluter Quatsch, aber hab ich's vielleicht gemacht. Nee, ich hab's. Wo könntest du denn... Wieder in so einer Fuge oben an der Wand? So eine Zwischenfuge? Ganz oben links ist auf dem Regal noch eine. Aber die hättest du sicherlich gesehen. Ja. Ich kletter mal wieder hoch. Oder mal das Regal andödeln. Hier vielleicht. Warte mal. War die da nicht links auf dem Regal? Vielleicht auch nicht. Ich geh mal rauf. Oder sagt der Chat denn irgendwas? Die haben doch alles genauestens verfolgt und die komplette Lösung auf. Oder soll ich einen Spieleberater kurz mal holen? Ach. Aber ich hab' ihr noch Geschenk bekommen damals. Naja, Gott. Na, irgendwo wird das Ding schon sein. Ingwer. Ingwer? Irgendwo. Kann man auch als Ingwer aussprechen. Ja. Ähm, ich hier in den... Hier in den... Ah. Ah. Me not sure. Vielleicht hinter diesem Regal an der Wand? Ach. Könnte es das sein? Nelly, hattest du doch schon... Ja? Ja. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt. Und watched... Boll! Boll! Vielen Dank.